Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Heute schauen wir uns mal an, wie wir Webflow Komponenten, die ja immer mächtiger und besser werden, aber denen immer noch eine Sache fehlt und zwar bestimmte Stylings eben zu übergeben. Also eine Komponente zu bauen und auf einer Seite hat es eben ein anderes Design wie auf einer anderen. Und das zeige ich dir heute mal, wie wir das übergangsweise eben lösen können, bis Webflow wahrscheinlich dann irgendwann auch erlaubt, mit Designs, die wir im Webflow Designer quasi anwenden, auf die Komponente dann irgendwie zu übertragen. Ja, werden wir uns überraschen, wie sie das lösen, aber bis dahin kannst du das auch selber eben machen. Und das werde ich dir heute mal zeigen in einer ganz einfachen Schritt-für-Schritt-Einleitung, dass wirklich auch die Anfänger das verstehen. Also gucken wir uns mal hier die Seite an. Ich habe hier eine Section und letztendlich ist das jetzt wie eine Komponente für einen Page-Teaser. Also das heißt, auf einer Unterseite ganz unten wird nochmal ein Teaser für eine nächste Seite zum Beispiel angezeigt. Und bei diesem Kundenauftrag habe ich das Problem, dass ich eben zum Beispiel diesen Page-Teaser in verschiedenen Farben zeigen will. Jetzt haben wir hier so ein dunkles Blau, dunkles Grau und das soll auf einer Seite zum Beispiel mal Rot sein. Und jetzt gibt es da verschiedene Ansätze. Und ich möchte das ganz gerne mit diesem Thema Komponenten verknüpfen heute und dir zeigen, weil es gäbe natürlich auch eine ganz einfache Lösung. Ich gehe jetzt mal rein in die Komponente und schaue, wo diese Hintergrundfarbe eben hinterlegt ist. Und es ist eben direkt in dem Wrapper, der den ganzen Inhalt quasi beinhaltet. Und dort ist die Hintergrundfarbe hinterlegt. Ich kann die jetzt also mal rauslösen. Und was du jetzt siehst, ist, dass eben die Komponente einfach keine Farbe hat, keine Hintergrundfarbe. Und wenn ich weiß, okay, wir haben meistens Töne eben, wo ich dann hellen Text haben kann, könnte ich jetzt eben hier auch sagen, okay, ich gehe einfach hin, mache mir so eine globale Hilfsklasse. Und die habe ich mir alle schon angelegt. Du siehst es hier, wenn ich eben Background eingebe, habe ich Background Blue, Dark, Green, Light, Red. Und das sind globale Hilfsklassen, die mir im ganzen Projekt zur Verfügung stehen. Und hier kann ich zum Beispiel die Red auswählen. Und dann kann ich den Page-Teaser hier einfach reinziehen. Und jetzt habe ich im Prinzip hier auf dieser Seite, hätte ich jetzt den Rot. Und auf einer anderen Seite könnte ich hier diesen Wrapper, in der die Komponente drin ist, einfach einen anderen globale Hilfsklasse eingeben, wo dann diese Farbe dann eben eine andere ausgewählt ist. Und so hätte ich das Thema mit dieser Farbe für die Komponente zum Beispiel schon mal ganz einfach gelöst. Muss also gar nicht irgendwie gucken, wie mache ich das in der Komponente. Jetzt kann es aber sein, dass du zum Beispiel ja mal eine Farbe hast, wo du auch die Textfarbe von der Komponente dann ändern möchtest. Oder du möchtest über die Komponente auch entscheiden, über die Einstellungen. Hier irgendwo einen Toggle haben, okay, großen Titel, kleinen Titel, also solche ganzen Einstellungen. Button ausgefüllt, Button sekundär und so weiter. Und das kannst du alles machen und das zeige ich dir jetzt mal, wie das funktioniert. Gehen wir also erstmal hin und gucken, wie wir das mit der Farbe zum Beispiel übergeben können. Ja, ich lösche den Hintergrund quasi nochmal raus. Gehen wir also dann mal rein in die Komponente und geben jetzt dieser Komponente auch standardmäßig einfach wieder eine Hintergrundfarbe. Ja, damit wir eben auch sehen, was wir hier machen. Und das ist einfach unsere Standardkomponente, die wir auch an mehreren Stellen einsetzen können. Aber auf einer Seite brauchen wir die eben zum Beispiel mit einem dunklen Hintergrund. Jetzt ist es so, dass du in diese Komponente rein ein Embed-Field machen musst. Und hier gehst du jetzt vor und machst einmal die Style-Brackets, eben einmal geöffnet. Und da drin schreiben wir jetzt gleich den Code rein. Keine Angst, du musst den nicht selber schreiben. Und dann gibt es wieder ein Schließen-Style-Bracket. Also das ist wichtig, dass er eben wieder geschlossen ist. Und hier drin muss jetzt was passieren. Und wie kommen wir jetzt an den Code? So, das ist natürlich die Frage. Ich speichere das erstmal und mache hier eine logische Benennung. Zum Beispiel, kannst du auch auf Deutsch machen, kannst du auch auf Englisch machen. Ja, ich mache jetzt hier mal Background Dark. Ja, zum Beispiel auch Component Background Dark. Dann weiß ich ganz genau, was dieser Code nachher macht. Wie komme ich jetzt an den Code, den ich da einfügen muss, wo ich eine Farbe eben ändern kann? Und hier ist der Trick, dass wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, ich habe hier auf dem Main Teaser Component die Background Color hier geändert, dann weiß ich da, bei dieser Komponente muss irgendwo der CSS-Code also schon hinterlegt sein, den ich mir eigentlich kopieren kann. Und das kannst du in Webflow auch machen, wenn du unten auf das Fragezeichen gehst, kannst du mal auf CSS Preview gehen. Und dann kommt hier ein schönes kleines Pop-Up, in der im Prinzip genau das hier drin ist, was du brauchst. Ja, und das kopierst du dir einfach einmal und gehst jetzt wieder in deinen Code rein, fügst es hier ein. Und jetzt macht er komischerweise hier eben diesen Swatch rein, was also jetzt kein Hexwert ist oder keine RGB-Farbe. Aber das ist ja wahrscheinlich was, was dir bekannt ist. Das heißt, du kannst hier jetzt einfach einen bestimmten Hexwert eingeben von der Farbe, den du eben möchtest. Aber alles ist hier außenrum. Ja, musst du gar nicht wissen, wie man das schreibt, also Background Color oder sowas. Könntest du hier einfach rauskopieren. Dieser Main Teaser Component ist quasi der Name auch von dieser Komponente, was ganz außenrum ist, wo wir eben, was wir überschreiben wollen. Und wenn ich jetzt mal diese 333, ist wahrscheinlich so ein dunkles Grau, auf Speichern klicke, sehe ich, dass das, was ich hier in dem Custom Embed Field eingebe, überschreibt sozusagen das, was ich in dem Webflow Designer eingebe. Und du siehst, dass dieses Pop-Up hier von dem CSS Preview, auch wenn ich was anderes eingebe, mir im Prinzip immer eigentlich Sachen zeigen sollte. Genau hier zum Beispiel, was ich da eben auch eingegeben habe im Designer. Und das zeigt mir wie eine Vorschau vom Code. Das kannst du hier auch offen lassen und kannst so auch Dinge dann überschreiben. So, jetzt haben wir also einmal diese Komponente, was die Farbe betrifft. Ja, haben wir jetzt also schon drin. Gehe ich jetzt mal wieder rein. Und jetzt wollen wir aber nochmal eine. Deswegen kopiere ich mir die jetzt nochmal. Und da machen wir einfach mal Component Big Title. Einfach mal als Beispiel nochmal für dich. Und jetzt sagen wir, okay, auf einer wollen wir auch eine Einstellung haben, wie wir die Größe von dem Titel hier einmal groß und regular zum Beispiel ändern können. Dann können wir hier ja nochmal Component, oder ich mache mal bei mir Page Component Title. Und einfach, dass wir eine Klasse auch ansprechen können. Momentan hatte der eben keine und war einfach nur eine H2. Und jetzt habe ich dem eine spezifische Klasse gegeben, die wir jetzt auch anders stylen können. Und jetzt weißt du zum Beispiel nicht, okay, wie schreibe ich den Code dazu. Und das ist ja momentan meine H2, wie ich sie standardmäßig in deinem ganzen Webprojekt eben eingestellt habe. Und jetzt kann ich die mir hier zum Beispiel überschreiben. Mach jetzt mal 5 EM draus, ja, und meinetwegen irgendwie normal. Und sag, okay, vielleicht ein bisschen groß, lass es uns mal 4,5 machen, ja. Und das ist sozusagen jetzt übergangsweise nur kurz hier eingegeben, weil das ist genau das, was ich als Code mir eben kopieren muss. Und jetzt gehe ich wieder rein, habe immer noch den Titel quasi hier markiert und habe jetzt hier genau das, was ich gerade gemacht habe, eben als Code. Jetzt kopiere ich mir das wieder in ein Clipboard, gehe rein in meinen Big Title, ja, und kann das hier jetzt einfach ersetzen. So, und das Ganze speichere ich mir jetzt wieder. So, jetzt kann ich auch wieder in die Komponente hier reingehen und das wieder rauslöschen. Du siehst, er lässt es immer noch drin stehen, weil wir momentan eben, weil das Priorität hat. Der Embed-Field, dieser eigenen Code, den wir schreiben, überschreibt das aus dem Designer. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir das uns auch für die Komponente freigeben? Das kennst du ja wahrscheinlich. Ich gehe jetzt in die Einstellungen, kann jetzt zum Beispiel Component Big Title, kann ich jetzt hier machen, Visibility is visible oder hidden, ja. Und kann jetzt hier hingehen und create and connect new property. Und da kannst du jetzt hier machen, Big Title, ja, und create property. Und dann können wir noch hier machen, einmal nochmal einen neuen Dark Background, ja, create property. So, und jetzt sind standardmäßig, können wir sagen, gehe jetzt nochmal rein in die Komponente, standardmäßig sind die hier, kann man das machen, können wir das auf hidden stellen, ja, können wir. Also standardmäßig sind die aus, ich gehe jetzt hier nochmal in die Property Settings, hidden. Und standardmäßig sieht eben die Komponente so aus. Und wenn ich jetzt auf eine andere Seite das einfach einfüge, ja, oder hier auch im Prinzip einfach die Section hier nochmal dupliziere und lasse uns hier immer noch einen Trenner dazwischen machen, dann habe ich hier jetzt also die gleiche Komponente zweimal und gehe jetzt hier hin in die Einstellungen und sehe hier jetzt einmal Dark Background und Big Title. Und hier kann ich jetzt hingehen auf, okay, ich möchte jetzt hier einen Dark Background haben oder einen großen Titel. Und das ist das Gute bei den Komponenten von Webflow, dass diese Embed-Fields, die da drin sind, also wenn du da mal was auf hidden stellst, wird das wirklich im Code auch nicht gerendert. Und deswegen funktioniert das hier, ja. Also wenn du dir jetzt hier auf hidden stellst, kommen die nicht im Code vor, egal wie viel du da reinschreibst. Und deswegen kannst du auf diese Weise im Prinzip alles Mögliche von den Komponenten selbst stylen. Kannst also auch Button Sekundär, Button irgendwie, ja, Primary oder sowas machen. Dann hast du ganz eine Komponente, kannst aber verschiedene Styles übergeben. Ich hoffe, das war ein kleiner Trick, der dir weiterhilft in deinem Projekt. Und wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch bei dem Video freuen und abonniere gerne den Kanal. Hier gibt es regelmäßig neue Webflow-Tutorials und dann sehen und hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Bis dann, mach's gut.